Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Luigi's Mansion 3. Und wir sind immer noch hier in den... Wir sind hier immer noch in der Hollywood Area und suchen da noch, wo wir Feuer transportieren können. Und hier waren wir noch nicht drin. In der Welt. Okay. Da oben, da oben. Ja, wie soll man denn da hoch... Da hochkommen. Ja, nee, ist klar. Hä? Moment. Wenn du die anzündest, kannst du vorher... Ja, ich weiß. Ja, wie komme ich denn nach da oben? Ähm... 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 Hier scheint halt nix zu sein, um hochzukommen. Wie kriegen wir das da oben hin? Ich glaube, dass wir halt wirklich in die andere Phase müssen, irgendwie. Aber ich habe nichts gesehen, was wir in der Phase machen können. Also wir müssen, denke ich, irgendwie dieses Katapult triggern oder so. Hm... 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 Aber hier ist halt auch keine... Wie soll man denn nach da oben kommen? okay so wird das nix wir kommen auch da nicht weiter nach oben die schießen das katapultiker hat das irgendwas damit zu tun moment können wir vielleicht diesen wagen hier verschieben auf den wagen schießen ich habe das gefühl dass die dass wir über den wagen verschieben müssen aber es geht irgendwie nicht ich verstehe es nicht wir können ja auch können wir vielleicht hier fluide hier stehen lassen und dann irgendwie über den film aufnahme starten dass ich dann irgendwas mit ihm jetzt immer hier drüben boah was ich habe das gefühl müssen irgendwas hier außen umstellen wir können hin okay also ich gucke noch mal ein bisschen mich in der gegend hier um irgendwo anders weiterkommen ich habe so ein bisschen schlau zu machen und irgendwie können wir doch mal hier reingucken und mit hier waren wir auch noch nicht drin in dem film was jetzt okay warum hätte die hände so man hat ein gummi entchen ok 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 ich hab's gelesen wir sollten wasser gießen ich ja jetzt ich hab's verstanden ich glaube ich hab's verstanden wir brauchen jetzt ein eimer um wasser zu gießen und das heißt wir brauchen dort ein eimer und müsste jetzt also irgendwo in ein eimer suchen wo es ist ein echt kniffliges rätsel tatsächlich aber hier ein eimer irgendwo nein hier war kein eimer es ist voll das knifflige rätsel wo haben wir denn in ein eimer wo gibt es hier ein eimer hier ist kein eimer oder oder warte mal war da war da oben drauf im eimer hallo so easy ach so er kann ja nicht gerade noch klettern da oben ist kein eimer wo zum geier ist hier denn ein eimer hier war kein eimer oder moment der fall kristallgeist oh ja ich erinnere mich ein eimer ein eimer ein eimer da ist ein eimer da ist ein eimer einmal so das ist echt ganz schön knifflig Okay, jetzt mal gucken, ob das jetzt geht. Moment, haben wir jetzt den Eimer drin? Oh nein, meine Batterie ist da. Das ist so doof. Oh mein Gott. Okay, wir haben Wasser im Eimer. Nein. So. Dann gehen wir mit dem Wasser. Gehen wir hier hin. Und nehmen ihm das Wasser ab. Es ist super knifflig im Endeffekt. Wow. Habe ich gerade das Wasser verloren? Oh Gott, ich dachte, ich habe einen Eimer ausgekippt worden. Wasser. Wow, was war das denn? Ähm, okay. Oh nein, wir werden bei Geisterrättern angegriffen. Okay, wir haben das Teil hier. Okay, den hätten wir auch noch. Und den auch noch. Puh. So, jetzt haben wir das hier. Und damit können wir jetzt uns Feuer holen. Alter. Wie umständlich das doch ist. Das ist aber ohne Scheiß echt tricky. So, den Geist kann man ja das lassen. Der kann doch ruhig so weiter rumrennen. Ach nee, wir können das nicht machen, weil wir den Geist hier haben. Oh Mann. Also, wir haben schon echt eigentlich immer recht viele Sachen von denen gefunden. Von den Secret-Teilen. So, einmal Feuer. Ja, okay. Ich habe das Feuer, aber auch das Feuer hat mich verbrannt. So, zurück. Dann holen wir uns das Feuer auf Luigi. Das ist ein bisschen umisch, dass immer nur Luigi die Sachen tragen kann. Guck mal da. Und jetzt bringen wir finally das Feuer dahin, wo es soll. Das war echt umständlich. Ähm. Müssen wir vielleicht Luigi hier wieder nehmen? Ich war hier auch noch nicht in der Kinozone, glaube ich. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben es. Ähm. Ähm. Hä? Ähm. 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 das hat haben wir hier bitteschön oh oh Oh, okay. Moment, das war eine kleine Stadt, das ist ein Godzilla-Film? Oh, super, Godzilla. Okay, wie ist dein Schwachpunkt? Was ist das denn? Aha, nimm das, nimm deine eigene Kugel. Okay. Ja, komm schon. Ah, ihr braucht mehr Druck. Das ist natürlich jetzt auch im Multiplayer, das ist jetzt viel einfacher. Und jetzt? Nein. So, Fluigi steht hier schon mal richtig. Au, au, au. Okay, er mag anscheinend nicht, ich bin jetzt aber jedenfalls fertig. Wow. 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 Okay, es geht immer noch nicht, man kann ihn immer noch nicht angreifen. Nein. Nein. Wollt ihr uns gerade schlagen? Ja? 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 Und der ist ja nett. Ja? 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 Gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann mir den jetzt theoretisch auch noch fangen. Also, wir können jetzt in den nächsten Stock oder wir gehen einfach hier direkt raus. Ihr könnt mir aber in die Kommentare schreiben, ob wir den noch irgendwie fangen sollen oder zumindest probieren sollen oder generell wie ihr das Rätsel fandet. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.